In der Bodenwelle wird eingelenkt, wir gehen über den Kuppel ran an den Körb. Halten uns zum rechten Drittel. Aus der Bremse wird eingelenkt, ganz nah an der Leitplanke vorbei. Sauber eindrehen. Die Schikane halten uns dann links am Körb, dass wir uns für die Rechte gut positionieren. Und rausgeschleunigt vorbei am alten Faden. Am Ende der Leitplanke nehmen wir die weiße Linie mittig. Drehen das Auto ein, könnt ihr schön Schwung mit reinnehmen und dann rausgeschleunigen. Zum 2km-Schilf in der Bodenwelle wird dann eingelenkt. Vier Treppen ist hier durch den neuen Asphalt im Ausgang des Autos ausverlassen. Auf der Bremse drehen wir das Auto ein, bleiben auf der Bremse, für die Rechtshalten, den Lenkwinkel kommen wir raus. Durch hat das Dach hier, über die Kuppel geht es in die Linkskurve rein. 3km-Schild wird eingelenkt, auf der Kuppel geht es in die Linkskurve rein. 4km-Schild wird eingeladen. Kuppel lässt hinten ein bisschen mehr Abstand zum Vordermann, dass du auch ein bisschen mehr siehst. Windschatten brauchen wir nämlich hier nicht, bloß geführte Faden, lässt ein bisschen mehr Abstand. Auf der Kuppel geht es in die Rechts. Raustreiben lassen und wieder rein. Saubere Linie fahren. Ein Lenkwinkel geht es ganz sauber durch. 4km-Schild wird eingeladen. 4km-Schild wird eingeladen. Einfahrtspätenkreuz, wir halten uns links an der Linie, in der Kompression geht es gerade über die Kutte, ein 5km Schild wird eingelenkt, halten uns dann im linken Trippel, bremsen sauber gerade, kurz vor der Orangenmarkierung drehen wir das Auto leicht ein, rein 91er Schild und außen schleunig, ihr könnt die 4 Schliegen mitnehmen durch die Fuchsröhre, 93er Schild geht rein, Körb zu Körb gerade durch die Bubenwellen, Fuchsröhre 95er Schild gerade, Fuchsröhre schön sauber durchlaufen, am Ende vom Körb wird eingelenkt an den Körb heran und mit der Straße auf die Bremse dreht das Auto ein, und fahrt gerade Richtung Leitplan, um dann in die linksten Sauber einzudrehen, links halten, für die Richtgröfe, runter sauber raus schleunigen und gerichten mitnehmen. Einfahrt mit bis Feld 1, Fliebe zur Linie, am Baum geht es gerade, links an der Linie wird dann gebremst, Belagwechsebremse öffnen und eindrehen, schön schwirr mitnehmen, 4-Trip, gerade anbremsen, späten Scheidepunkt, späten Beunnen sein, lassen wir uns für die Rechte gut positionieren. Kallnasen über die Kuppe gerade, spätes Eindring, zweiten Knick sind wir erst am Körb, um den Sauber raus zu beschleunigen. rechts, wo die Wiese ausgefahren ist, am Ende geht es rein, Spiegelkurve über Kuppe gerade, lassen uns raus treiben, links am Ende der Steine geht es rein, ersten Körb weg, zweiten Körb sind wir dran, drücken Körb lassen wir wieder weg und raus beschleunigen. Auf der Bremse geht es rein, Richtung Bersaife, langsam stücheln, mit der Straße ziehen wir jetzt ein, ran an den Körb, dann wird die Rechtskarte vollgas ausgeschleunigen können, durch die Vollgasmühle. Anfahrt Breitscheid, auf der Bremse in die Kompression, rechts wo das Schild ist, das Weiße wird eingelenkt, an den Körb, Eilenkwinger kommen wir raus und automatisch zurück, links am Ende vom Körb wird eingelenkt, Ex-Mühle raus und raus beschleunigen. Links lauter Eck, und mit neben der Mittelstraße kommen wir raus, auf der Bremse gerade, beim Fahrzeug auf beiden Bülben fahren, spät jetzt erst eindrehen, lang an den Körb und raus beschleunigen, weit und unten wegset fahren, das Auto nicht zu sehr nach dem Bremsen bringen, das offensichtlich mitnehmen wird. Tessischen Ruh ist in dieser TR4-Sinien, wichtig ist, dass wir dann im Ausgang beim Fung-Town 128 raus fahren, über die Kuppel Mütkurve 1, ran an den Körb wechselt, ganz weit raus drauf lassen, das Auto nicht zu sehr bringen, durch die Sonneinnung! die Lose weil durch die leuchtet, sich leuchtet hier füllen durch die Sonnereinstrahlung, raus zum Fung-Town, rechts bei dem Klappen gehts dann rein, halten und innen erst beim Fung-Town lassen sich richtig ausbreiten. Ferse die Kuppel links am Fung-Town 37 gehts zur 13 sind wir innen, zur 38. maßen. Steiger zusammen, Strecke auf der Bremse, Leads am Klob, die Schwindigkeit rausnehmen, Auto eindrehen, am Machtzimmer innen und raus beschleunigen und Stunden mitnehmen, so jetzt bin ich gespannt, ob das durchdruckt, ob ich hier wieder voll raus fährt, Karussell, auf den Fangzaun, auf der Bremse geht's rein, mein Augenpferd und die Kurven, sehr schön, auf der Platte halten, auf der letzten Platte raus, letzte Platte auf die Spitze rausfahren. Anfahrt Nummer 8, rechts am Ende der dunklen Steine wird eingelenkt, an den Kölb heran, raus treiben lassen, außen den weiten Bücken fahren, rechts am Ende der Steine geht's rein, Mitte Straße umsetzen, in die rechts, auf der Kuppel bei der Asphaltbarte wird eingelenkt, beim Mast zimmer dann innen und lass uns raus treiben. Geht links her, Kölb bis Mitte drei Körben, zurück, orange der Markierung geht's rein, Fahnenmast zimmer innen, Mitte Straße umsetzen, in die links, halten in die andere Linie, Rechtskurve unten bleiben, vom Kölb, das Auto viel stabiler. In der Kompression wird eingelenkt, Richtung Eschbach, das Auto geht hier kurz halten, halten, auf der Kuppel dann gerade aufs Eschbachschild. Eschbachschild wird eingelenkt, einlenken, in die Kuppel, Mitte Straße und wieder zurück, auf der Kuppel geht's dann ins Brünchen, und dann austreiben lassen. Am Ende des Brünchensteines wird eingelenkt, haltet das Auto dann innen und raus beschleunigen. Eiskleife, die gelbe Schleife, auf der Schleife, da fangen wir mit der rechten Radhälfte vorbei, ran einfach 166 und raus beschleunigen. Über die Kuppel gerade auf den Fangzaunzonen, 169 geht's rein, Richtung Pflanzgarten, Herbst zu Herbstgerade, unter Kompressionen wird eingelenkt, Sie gehen in die Mitte der Straße und wieder zurück, auf der Kuppel, Mitte in die Links, Fernsehberg 2, rechts am Ende der Ansteine wird eingelenkt, Sie gehen links in den Körb, bei der Orange nach vorne wird eingelenkt, wieder Körb zu Körb, über die Kuppel dann gerade fahren, perfekt, und sauber geht's raus. Einfach, Zweifelschwanz, von außen, das Auge einpräviere, viel geschüttes Held und Held, richten Sie dunklen Steine, am Ende geht's nach innen, lasst mich raus, treiben an den Körb heran, eine Wagenlänge vor Ende, Körb geht's rein, ins kleine Karussell, wir bleiben unten, und fährt dann sauber raus, raus bis zur Linken, eine Wagenlänge vor Ende, Körb geht's rein, in den Körb, an den Körb, weite Linie außen, 186er Fangzahn geht's rein, 187 Seiten da hin und zügig, perfekt das Runde, und einmal durchwechseln. Untertitelung des ZDF, 2020